Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 5. Oktober. Gut, wir starten zunächst einmal mit einem Rückblick auf den Freitag. Wir hatten ja am Freitag zunächst die Eröffnung mit einem Gip Down gestartet und ich hätte daraufhin dann nach dem Video noch im Kommentarbereich unter dem YouTube-Video die neuen Markierungslinien für den Short- und Long-Bereich dann nachgetragen aufgrund der vorwürstlichen Entwicklung und hatte dann den neuen Long-Bereich mit 12.400 bis 12.450 Punkte angegeben und den Short-Bereich dann mit 12.690 bis 12.740 Punkte. Wir konnten uns dann aber vom Tagestief am Freitag bei 12.539 Punkten dann doch wieder recht schnell erholen und sind dann angestiegen Richtung 12.690 Punkte im Tageshoch, haben damit hier den Short-Bereich ganz knapp hier erreicht, angekratzt und sind dann auch per Handelsende dann mit 12.689 Punkte am Tageshoch knapp aus dem Handel gegangen und notieren am frühen Montagmorgen heute bei 12.750 Punkten ungefähr, also damit leicht über dem Short-Bereich, den wir dann für den Freitag genannt hatten. Wir haben die Short-Linie weiterhin bei 12.850 sowohl am Freitag wie auch dann am heutigen Montag und wir schauen uns nun eben die neuen Markierungslinien für den heutigen Montag an. Gut, für den heutigen Montag haben wir de facto die gleichen Markierungslinien wie am Freitag, die ich vor der Korrektur dann genannt hatte, also dann bei 12.770 bis 12.820 Punkte, der Short-Bereich und der Long-Bereich dann bei 12.600 bis 12.650 Punkte. Wir hatten ja hier zunächst einmal dieses Gap hier auf der Unterseite wieder geschlossen, insofern könnten wir nun hier einen Hochlauf starten zum Widerstand im Bereich von 12.820 Punkten ungefähr, wo wir hier in der Vorwoche kaum weitergekommen sind. Es gab hier einige Durchbruchsversuche, die dann aber spätestens dann im Tageshandel im Bereich von 12.850 Punkten dann gestoppt wurden. Wir befinden uns aktuell weiterhin im Short-Modus, der Kreis ist weiter rot, insofern gehen wir mittelfristig von weiter fallenden Kursen aus. Und eine Anmerkung noch, wir hatten ja am Freitagabend die neuesten COD-Daten zur Veröffentlichung gehabt für den 29. September. Und daraus ging hervor, dass die Commercials, also die US-Profis im S&P 500, ihre Short-Positionen weiter ausgebaut haben, also von weiter fallenden Kursen ausgehen im S&P 500. Und die Kleinerleger haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben ihre Short-Positionen nun fast komplett abgebaut und sind weiter long gegangen und sind unterm Strich nur noch ganz knapp netto short, könnten also nun in der aktuellen Woche dann am Freitag mit dem neuen COD-Report möglicherweise auf long drehen, was dann ebenfalls darauf hindeuten würde als Kontraindikator, dass wir im S&P 500 vor weiter fallenden Kursen stehen dürften und damit dann wahrscheinlich auch im deutschen Leitindex DAX. Gut, wir machen dann weiter mit dem Wochenstart. Im Wochenstart haben die Markierungslinien bzw. hier die Widerstände und Unterstützung sehr gut gepasst. Wir hatten in der Vorwoche die Unterstützung mit der hellgrünen Markierungslinie bei 12.550 Punkten. Hier auch dann genau das Wochentief erreicht und auf der Oberseite bei 12.850 Punkten dann im Wochenhoch gelegen. Die Markierungslinien bleiben erstmal unverändert für die neue Woche. Sollte sich das ändern, werde ich das dann am morgigen Dienstag bzw. Mittwoch dann je nach Verlauf dann nachtragen. Und insofern bleibt die Signallinie auf der Unterseite weiterhin bei 12.550 Punkten. Da müssen wir nach unten durchbrechen und dann würden wir höchstwahrscheinlich die nächste tiefere Markierungslinie bei 12.370 Punkten anlaufen. Auf der Oberseite, wie gesagt, gerade schon im Tagesschart, steht der Widerstand im Fokus von 12.850 Punkten. Da müssen wir nach oben durchbrechen, damit wir dann einen weiteren Hochlauf starten können Richtung 13.000 Punkte und 13.030, hier knapp darüber bei der dunkelroten Markierungslinie. Gut und damit wären wir dann erstmal durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich dann aber später noch mit dem ING Markets Chartflash, mit der Entwicklung dann im S&P 500 und im Euro-Dollar. Und dann am morgigen Dienstagmorgen natürlich wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn, viel Erfolg im heutigen Handel und bis nachher. Und dann ein fantastischer会 wäre, dass wir lobe, was mit dem Weinrum einBest macht. Vielen Dank.